Ich muss den Schreiber aufsuchen, um eine Belohnung einzuholen. Im Händlerviertel ist das. Das ist auch dort. Ich muss den Beweis dafür, dass ich den Viva gespielt habe, zum Königlichen Jägermanns bringen. Das ist auch dort. Das ist auch dort. Naja, wir machen dann... Okay. Ihr bringt nur Ärger. Ich habe scheinbar immer noch nicht so richtig verstanden, wie das mit der Alchemie komplett funktioniert, weil ich nicht so richtig durchblicke, was jetzt dieser Drang da sein soll, was man dafür immer noch benötigt. Weil die anderen Mechs tun. Habe ich scheinbar dafür. Oder die Kräuter oder wie auch immer. Ja. So, deswegen ist der Garten nicht gegossen. Gerold von Riva. Wie er leibt und lebt. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch offiziell Unterstützung erschlichen? Es herrscht Kriegsrecht. In Kriegszeiten gelten andere Gesetze. Ich werde mich so gut ich kann danach richten. Das solltet ihr auch. Denn Verräter bekommen die Klinge zu spüren. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine... Geht jemand anderem auf die Nerven. Okay. Du bist es auf jeden Fall schon mal nicht. Verdammt ist das heiße Wasser. Gut, dass die auch immer alle die gleiche Stimme haben. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey Jungs. Ich glaube wir haben hier einen Störenfried. Nein. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfen Terroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpe? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen Anderlingen-Kollaborateur lediglich identifizieren. Okay. Jetzt ist es halt doch nicht mehr. Ganz schön gefährlich. Genau. Egal. Ich will jetzt erstmal die anderen Quests jetzt ihm abgeben. Nicht, dass wir schon wieder zu viel machen. Dann hänge ich da wieder. Kann es nicht vollbringen. Wir sind in der Gegend. Wollt ihr was dran GOT? Jetzt geht's nicht, was dran ist halt. Sönd... Sie sind im Gegend. Gäste... Jetzt geht's wieder. Was funktioniert? Äh, für wen war jetzt... stadtbeamte ist gerade mädchen werden nicht jedenfalls dann ist diese quest ich bin wegen der anzeige hier habt ihr fünf gorgo federn ja gewiss danke jetzt unterschreibt die quittung der nächste konnte sehr schön wieder eine stufe auf und ich weiß immer noch nicht welche stufen überhaupt haben leute und ihr es glauben ich nicht so das war das das ist da hinten und das auch fast wo du hast doch bestimmt schweiz ich bin kein einzelhändler das ist echt ich bin kein einzeln verkauft denn hier nie jemand was buchhändler und der eine war ja hier drin schauen genau das machen wir zuerst wien war das denn ach der schank wert ihr seid herzlichst willkommen seid gegrüßt kann ich euch helfen ja ich bin wegen der anzeige hier ja das wiewernfleisch habt ihr drei stücke davon ja ja hier euer geld sehr schön das haben wir auch das war schon mal viel angenehmer ist hat man schon mal wieder ein paar nicht viele aber ein paar quest hat man schon weg wir haben dafür keine tränke mehr das wird noch richtig ein problem werden niemand soll sagen ich gebe mich mit hexern ab warum nicht seid gegrüßt so was bringt geld ein riesiger wolf ist im sumpf aufgetaucht und die einheimischen behaupten dass wevern ihre kinder stehlen wir werden jagen menschen nicht grund einheimische nichts als ich habe ein altes wevern weibchen getötet hier ist der beweis 600 ohrens gehören euch danke wo habt ihr vor aus einem buch ein familie was jedes ungeheuer steht für wofür steht lebt wohl so so Ache, Kursach. Rundetalk. Oh nein, ich hab die ganze scheiß Teigscheiße weggeschmissen. Ja, Rundetalk. Habe ich da vielleicht noch was im Lager liegen? Das ist auch so, das ist so blöd. Warum kann das nicht in dem Quest Inventar liegen? Wobei es ist ja, das muss man ja sagen, das haben wir dann ja schon. Realitätsnazumann genauso ist mit den Entscheidungen. Du ergerst dich manchmal, dass da Sachen sind. Ja, aber so hast du dich nun mal entschieden. Ähm, ja. Willk-Seit-Geld-Kann-Ich-Ein. Ja. Wie sieht das denn aus? Rundetalk. Hier. Sechs brauche ich. Kellnerin, du verkaufst nicht zufällig. Wollt was du denn? Verflixt. Ich hab die berühmte weiße Soße des Kochs auf die roten Handschuhe einer Dame verschüttet. Das gibt Ärger. Kann ich helfen? Wie? Ich habe ein paar Handschuhe. Ihr könnt sie gerne haben. Wirklich? Hab ich da welche? Seid ihr ein Blöde? Warte, warte, warte. Stimmt, wir haben Handschuhe. Willk-Seit-Kann-Ich. Sind noch fünf? Nein. Oh, das war... Kann man das nochmal machen? Das war jetzt ja super blöd, oder? Das war jetzt ja so ein... Momentan-Quest nur. Spontan. Setzt euch. Das finde ich total blöd, ey. Na ja, egal. Dann halt nicht. Was für ein Unsinn. Es fehlt jetzt einfach, dass die Wachmänner weiterquatschen hier. Ja? Die Lilie muss noch von... Was? Oh. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn. Hier ist der Plan. Schlag Mitternacht. Trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung. Aber höchstens zwei Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts! Marsch! Verdammt ist das heiß in diesem Ding. Oh. Hab ich hier irgendwo eine Feuerstelle? Petrice! Ich brauche etwas Zeit für mich. Kommt später wieder. Na gut. Ich brauche auch Zeit mit ihr. Ach ja. Gut. Hm. Wir sind an. Seit nicht. Sind ne. Fünf. Neue Talente. Ja. Wir machen jetzt mal mit. Ja. Werke weiter. Werke. Oh. Wo bin ich denn jetzt so? Stärke. Eins. Hm. Hm. überlegen handlos 30 prozent wirkt nur wenn gerad von bluten betroffen ist vitalität plus 2 für jede charakterentwicklung das hört sich doch gut an haben wir in irden noch etwas ja kosten des wirkens von zeichen minus 20 prozent wird es auch noch weil wir es einfach können und feuerresistenz vielleicht noch mal ja 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 Oh, ich muss mich nicht aufpeichern. So, hinunter in die Kloaken. Also geradeaus, weiter. Irgendwie verdächtig gerade. Hier sind keine Ertrunkenen wie sonst. Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Okay, ich marschiere mal hoch. Ach, ich bin hinter der Barriere. Geschlossen. Nein. Moment noch. Beeilt euch für den Anfang Akayala Ambracur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sagt er. Der Kristall darf sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte und Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente. Der Handel mit Fis-Tech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Das ist euer Ende. Das ist eine Nummer. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ja, das war's, Leute. Du bist so bescheuert. Wie soll ich das denn so ohne Tränke machen? Oh, man. Ich hasse sowas. Ich weiß auch nicht, welche Sachen mir fehlen, ey. Es fehlt mir irgendein Trank oder... ... die Troll... ... die Troll... ... ich verstehe das nicht. Was hoffe ich das denn? Was bedeutet das hier? Ich hab noch zwei. Nee. Ist das das Level? Ich hab keine Ahnung, Leute. Hier steht auch nirgendwo welche Stufe ich besitze. Ich find das echt bisschen doof jetzt, dass ich keine Tränke mehr braun... ... ähm... Oh, eben schon. ... ... ... ... ... ... ... leute krank krank ich verstehe was finden da jetzt ja mann ich drücke da mal falsch auf ja ich musste immer überlegen wie mache ich das denn jetzt am besten am besten vorher schon eine jörnfalle aufstellen meine füße schon mehr kameraden ist da ja wisst nein ja das können wir jetzt der rücken stärken sieht für mich anders aus also da könnten die ruhig mit reinkommen muss auf jeden Falle schon vorher stellen ja 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Come on. Oh, oh, oh. So. Geht doch. Geht doch. Geht doch, Leute. Geht doch. Hier noch. Da sind noch Sachen. Hier speichern. Hier speichern. Oh, oh, oh. Es kümmert. Es tut mir nicht herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch. Ich mag euch. Ich mag euch. Ich mag euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich. Werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück. Sagt Ada schöne Grüße. Haha. Okay. Also geht es da auch nicht mehr weiter. Ja. Beim Gucken. Da muss ich mit Triss reden. Das war die Zahnarzt. Das ging noch nicht. Was? Ich kann gegen das. Ich muss ihm mal einen Stein holen. Aber vielleicht sollte ich zuerst auch spionieren, was dieser Salamandra tut. Was? Was? Oh. Ich bin vor mir. Wir sehen uns nicht.